Die Sendung wurde live untertitelt. Die Karten haben finstere Ereignisse vorausgesagt. Dann wurden sie weggewählt. Woher weiß ich jetzt, was uns tun soll? Brauchst du echte Tarot-Karten, um zu entscheiden, ob du dich umbringen sollst? Meine Karten haben den Ausbruch vorhergesagt. Ich weiß, ich kann mich auf sie verlassen. Gibt es Hoffnung? Was sagen die Sterne? Bist du der Narr oder der Teufel? Ohne meine Karten bin ich aufgeschmissen. Ich glaube nicht, dass uns die Sterne hier weiterhelfen. Da ziehen wir uns, okay? Ohne die Karten kann ich nicht weg! Der Wind hat sie mir aus der Hand geweht! Sie könnten überall sein! Überall! Na gut, ich suche sie. Aber ganz ruhig! Und nicht schreien, okay? Los geht's! Das brauche ich nicht nochmal! Das brauche ich nicht nochmal! Das brauche ich nicht! Was ehrlich ist, dass sie nicht so gut sind? Ihr dürft diesen D salute bookstablen... Das brauche ich nicht! Das war's. ARD Text im Auftrag von Funk